Willkommen zu der Bonusfolge von unserer Berufsfahrtschule. Heute geht es daran, dass wir uns ein bisschen das Testgelände angucken. Was heißt Testgelände? Natürlich unsere Bootsfahrprüfung, hier unser Gelände, wo wir die natürlich abschließen wollen. Bevor wir überhaupt dazu kommen, kommen wir erstmal zum Maß unserer Berufsfahrtschule, und zwar wie wir uns den Zaun am besten, sag ich mal, ringsherum sehen können, um alles reinzubekommen, was man immer in den Folgen sah. Kommen wir noch mal kurz zum Standardmaß von unseren Zäunchen. Also wir nutzen ja zehn Stück, das sind unsere Streben hier an sich, und dann ab jeder elften Strebe kommt dann einmal Pfosten rein. Auf der Vorderseite machen wir auf jeder Seite eigentlich insgesamt vier Pfosten hin. Na gut, jetzt in dem Fall ist hier noch ein Leuchtturm, und halt auch viermal Zaun. Auf der anderen Seite ist genau das gleiche Spiel, dass wir eigentlich von der Mitte aus dann eigentlich vier Pfosten haben und natürlich auch viermal den Zaun. Sobald wir natürlich auf der Vorderseite das erstmal soweit haben, kommen wir jetzt einmal zu den Seiten komplett. Darauf legen wir ja einmal hin. Obwohl halt, wir wollen ja erstmal gucken, wie wir uns überhaupt die eine Ecke machen mit diesem Leuchtturm. Ist auch eigentlich ganz einfach, sich den zu basteln. Hier unten halt Treppen und Stufen, dann nehmt ihr irgendwie ein bisschen Beton, macht euch das, sag ich mal, in so einem kleinen Muster da oben hin. Und wie gesagt, den Leuchtturm hier stellen wir ganz einfach da. Wir bauen ja sowieso separat noch ein zweites Mal, also ihr könnt den ja einfach dann übernehmen, wie ihr euch den gebaut habt, nochmal da hinten hin. Aber ansonsten geht es jetzt hier an die Seite, wie lange wir uns hier überhaupt den Zaun einmal ziehen wollen. So, sie sind unübersichtlich. Zählen wir mal. Also wie viele Pfosten brauchen wir den Leuchtturm, zählen wir mal mit. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Also zehnmal den Pfosten, werden dann separat, dann nur einmal weniger der Zaun. Und dann eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, der Zaun, genau. Neunmal Zaun und zehnmal die Pfosten, die wir uns dann hier an der Seite einmal langziehen müssen. Dann kommen wir gleich noch einmal hier auf die Rückseite, wie wir uns das hier einmal so langziehen können. Bei der Wurzelschule ist ja, sag ich mal, auch so ein bisschen so ein Knick eingebaut. Und dann müssen wir an sich jetzt von den Pfosten hierher gesehen nur eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, siebenmal den Pfosten uns setzen und halt sechsmal, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, genau. Sechsmal den Zaun. Ne, dann haben wir schon mal die Rückseite. Hier zu der Einbuchtung komme ich noch gleich. Da habe ich so ein bisschen ein anderes Maß genommen, damit das so ein bisschen passt. Aber wenn wir auf der komplett anderen Seite sind, können wir das natürlich auch nochmal gerade nach hinten wegziehen. Da machen wir eigentlich an den Pfosten nur eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Pfosten und dann halt auch hier sechsmal den Zaun, ne? Wenn wir dann, sag ich mal, hier zu dieser Einbuchtung kommen, wo wir das natürlich ein bisschen, sag ich mal, hier reinbauen, weil ja, sag ich mal, die Farbprüfung, ne, sag ich mal, auch so halt gebogen ist, habe ich hier so ein bisschen das Maß geändert, weil so ganz und gar mit zehnmal Zaun geht das Ganze nicht auf. Ich habe jetzt an sich hier immer so versucht, vier Pfosten auf jeder Seite zu machen. Und an sich jetzt hier von Abständen her, was haben wir jetzt hier vorne? Hier haben wir jetzt neun. Dann müsste hier, ja, hier haben wir dann acht. Und was haben wir hier? Wieder neun. Ne, ich habe hier so ein bisschen getrickst, ein bisschen kürzer, mir das gemacht. Das fällt dann, sag ich mal, wenn man weiter weg ist, nicht so unbedingt auf, ne? Dass es hier ein bisschen kürzer ist. Und auch auf der anderen Seite habe ich es ein bisschen angepasst. Hier zum Beispiel habe ich noch zehnmal Zaun. Hier habe ich dann, was haben wir hier? Hier haben wir dann elfmal Zaun. Und dann sollten wir hier auch nochmal elfmal Zaun haben. Ne, ich habe es mal hier ein bisschen erweitert und da ein bisschen eingekürzt, ne, damit das halt so passt. Ne, wenn man sich dann, sag ich mal, so ein bisschen halt ringsrum das alles eingesteuert hat, kann man dann anfangen, sich auch die Farbprüfung hier reinzuzeichnen. Natürlich haben wir hier natürlich ein riesiges Fundament gleich hier vorne unter unserem Steg. Ähm, das ist dann, sag ich mal, so augenmaßmäßig, wie ihr euch das machen wollt, ne? Ihr könnt ein bisschen weiter rausgehen, ein bisschen dichter rein, halt so passend, ne? Ich habe es an den Ecken ein bisschen abgefeilt, damit das doch nicht so spitz ist. Nur, das sieht dann immer ein bisschen besser aus. Ähm, jetzt könnt ihr natürlich entscheiden, wie ihr eure Strecke machen wollt. Bei mir habe ich jetzt das Ganze auf eine Zweiermitte gemacht. Das heißt, meine Straße ist an sich auf eine Sechserbreite. Ihr könnt auch gerne, sag ich mal, mit einer Einermitte arbeiten. Entweder macht ihr die auf eine Fünferlänge oder auf eine Siebnerlänge. Ähm, kriegt ihr dann auch ein bisschen besser die Pfeile hin. Ich habe mir jetzt hier einfach für eine Zweiermitte entschieden, weil ich finde eigentlich, das geht auch noch so ganz, ne, mit den Pfeilen, auch wenn sie ein bisschen dicker sind. Ich habe versucht, sag ich mal, so ein bisschen Einheitsmaß einzuhalten bei meiner Strecke. Und zwar immer zum Zaun habe ich so etwa immer sieben Blöcke Platz gelassen. Nur sieben Stück, das finde ich eigentlich sehr gut. Hier nach vorne weg ist natürlich ein bisschen mehr Platz, aber das hängt ja auch damit zusammen, dass die Strecke ja immer, sag ich mal, gesehen her, von der Fläche hier in der Mitte losgeht. Ja, dann geht es ja eigentlich ganz los, ganz einfach hier beim Start, ne. Dann kommen wir natürlich zu den beiden ersten, ähm, Kreisverkehren, die wir hier haben. Das erste ist natürlich hier wieder einmal unser Leuchtturm. Kriegt man eigentlich ganz gut hin hier bei einer Zweiermitte. Anders sieht man natürlich auch jetzt hier bei der, äh, Fahne, die wir hier aufgestellt haben, ne. Bei einer Zweiermitte muss man die, ja, sich ein bisschen anpassen, aber so eine Flagge hier kriegt man auch ganz einfach hin. Die hat auch, sag ich mal, so einen Punkt drauf, ne. Mit einem Banner kann man sich ja alles immer schön darstellen. Ähm, wenn es natürlich jetzt geht, wie man sich Kreise baut, weil viele sagen ja immer, Kreise bauen ist schwer, aber ihr seht ja auch, also man kriegt das ganz gut hin. Ich stelle mich einfach auch hier kurz rüber, ne, wer möchte, kann das Video anhalten und sich diesen Kreis einfach so abziehen. Oder ihr könnt auch hier einen eigenen Kreis machen, ne. Wenn ihr einmal geschafft habt, euch so einen Kreis zu zeichnen, könnt ihr den dann auch gleich noch ein zweites Mal benutzen, weil die sind eigentlich komplett identisch, ne. Ja, danach geht es dann einfach hier wieder komplett weiter. Ich habe auch hier, wie gesagt, immer noch so einen Abstand von sieben Blöcken, ne, zum Zaun her, das ändert sich halt nicht, bleibt halt alles gerade. Am Ende geht es dann natürlich wieder so einen Knick zur Seite. Da ist auch gleich noch eine Tribüne einmal mit bei. Und bei der Tribüne, die könnt ihr eigentlich ganz einfach darstellen, weil ich sage mal, die wird ja wirklich nicht benutzt. Da sitzen ja meist nur Sardinen oder so drin. Ähm, ich habe jetzt hier, was habe ich hier von einer Länge? Müssten zehn Blöcke sein. Jawohl, also zehn Blöcke halt so schräg in der Länge her und fünf Blöcke halt so schräg zur, also in die Breite halt, ne, geht das Ganze. Hier habe ich dann mit Quarzblöcken und Stufen mir dann einfach hier die Tribüne ein bisschen zusammengebastelt, ne, noch ein Geländer ringsherum und fertig. Ja, dann geht es natürlich hier weiter. Dann kommen wir natürlich zur Wand, ne, die wir kennen. Bei der Wand, ähm, ich finde das eigentlich ganz nett, wenn man natürlich, dass ich einen Großbuchstaben draufmacht, dass man erkennt, das ist auch eine Wand, ne. Also Vorsicht, nicht gegenfahren. Zum Zaun habe ich hier jetzt einfach vier Blöcke Abstand gelassen, aber das ist bei der Wand eigentlich auch egal, ne. Das könnt ihr euch anpassen. Kommt darauf an, wie ihr es weit nach vorne euch setzen wollt, denn es ist ja auch so ein bisschen Deko immer hier von ein paar Steinchen her mit ein paar Seealgen. Also das muss man sich einfach anpassen, ne, wie man sich das machen möchte. Ja, ansonsten geht dann hier der Knick halt einmal ringsherum um die Wand. Ähm, habe ich auch wieder zurückgeführt und ich habe hier dann wieder darauf geachtet, dass ich einen Abstand von sieben Blöcke habe zum Zaun hin, damit, sage ich mal, das Augenmaß natürlich so überall passt, ne, bei den ganzen Seiten hier, ne. Ja, dann biegen wir hier wieder einmal ab. Dann kommt die zweite Tribüne, ne, von unserer Brustfahrtschule. Habe auch wieder ein bisschen anderes Maß gemacht. Die hat jetzt eine Länge von 14 Blöcke und eine Breite von fünf Blöcken. Warum ist denn die ein bisschen länger als die andere? Ganz einfach gesagt, hier ist sie natürlich einmal glatt gebaut worden. Und wenn ihr, sage ich mal, Blöcke glatt oder schräg baut, erhaltet ihr immer, sage ich mal, eine optische andere Länge. Das heißt, wenn wir der jetzt 14 Blöcke nehmen, werde die natürlich noch längerer als die und dann müssten wir die wieder anpassen. Ne, das ist so Augenmaß, ist das immer so angemessen, weil wenn ihr natürlich was schräg baut, dann habt ihr natürlich, wenn ihr was schräg baut, zwei Seiten statt natürlich nur einer Seite, ne. Ist ja ganz logisch. Ja, dann haben wir natürlich unsere zwei Tribünen überall. Könnt ihr natürlich noch ein paar Steinchen euch platzieren. Ihr könnt auch überall noch ein bisschen Grünzeug euch machen, wenn ihr wollt. Und kleiner Tipp, wenn ihr euch, sage ich mal, hier diese verdrehten Ranken euch setzt, die wachsen ja normalerweise immer weiter, weiter nach. Ihr könnt das, sage ich mal, verhindern durch einen Barriereblock. Wenn ihr den darauf platziert, wachsen die halt nicht mal weiter so hoch, wie ihr euch die setzt. So bleiben sie auch, ganz praktisch. Und Barriereblock sind ja sowieso unsichtbar. Na gut, dann geht es hier halt wieder einmal nach vorne. Auch jetzt hier beim Knick, da habe ich einfach auch hier so mal versucht, augenmaßmäßig hier sieben Blöcke Abstand zu lassen. Das ist auf der anderen Seite auch so. Sieben Blöcke, das passt. Ist halt alles hier perfekt, auch mit der Tribüne. Auch bei der Tribüne müsst ihr mal aufpassen, dass ihr euch die nicht an den Zaun setzt, weil das sieht halt nicht schick aus, wenn ihr, sage ich mal, eine Tribüne habt und auf der Rückseite verbindet die sich mit dem Zaun. Das sieht natürlich doof aus. Von daher sollte man immer ein bisschen Abstand lassen zum Zaun. Ja, dann halt wieder der Knick hier einmal ringsherum. Dann kommt auch, sage ich mal, hier so ein riesiger Stein mit einem Anker drauf. Und ich denke mal, so ein Anker, ich glaube, wenn man den sieht, kann man sich den gut nachbasteln. Der ist jetzt nicht allzu schwer, den ich mir jetzt hier gemacht habe. Habe ich auch, wie immer, sage ich mal, erst ein Grundmaß genommen, den noch ein bisschen verfeinert, damit er ein bisschen Form kriegt. Wäre ja doof, wenn er nur ein komplettes 2D-Modell wäre. Von daher ein bisschen 3D. Das sieht immer schick aus. Na, also so sollte man immer ein bisschen drauf achten. Und dann macht ihr euch da einfach so ein Anker hin. Auch die Steine könnt ihr euch super bearbeiten. Wir haben hier Steintreppen, Steinstufen. Und dann baut ihr einfach drauf los. Also ihr macht euch da am besten erst mal aus Steinblöcken ein Fundament hin. Und dann schlagt ein paar Treppen mit rein, Stufen dazu. Und dann ergibt sich halt irgendwie eine Form, die ihr euch da hinsetzen wollt. Geht dann hier einmal unserem Angang ringsherum. Auch wieder hier drauf geachtet 7 Blöcke. Und dann kommt das alles Augenmaß passt. Und dann kommen wir schon zur Ziellinie. Weil jetzt einer wieder nicht weiß, wie man sich Buchstaben auf Banner sich hier craftet, dann ist wie immer oben einmal verlinkt, dass du dir das ganze Alphabet bauen kannst. Nur so als kleines Hilfe-Video ist immer mit bei. Kommen wir natürlich hier einmal durchs Ziel. Und wenn einer natürlich nicht weiß, wo die Bremse ist, ist hier nochmal eine Sicherungswand. Das so, sag ich mal, nicht durch ein Zaun bretterst, sondern einfach mal schön in die gemütliche Wand. Ja, danach geht es natürlich hier rum. Und dann sind wir hier vorne wieder bei unserem Steg. Und dann haben wir das Boot drin. Ich weiß nicht genau, wie Mrs. Puff das macht. Aber denk mal nach, du beginnst eine Prüfung mit einem der Boote, fährst den ganzen Parcours ab. Und dann hast du, sag ich mal, hier eigentlich nur zwei Plätze für die Boote. Und du hast ein drittes Boot. Wie fährt Mrs. Puff den dann wieder rüber? Musst du dann einmal die ganze Strecke zurückfahren? Oder macht sie wie Spongebob und macht so einen Sprung einfach hier über unseren Steg? Aber so weit wäre dann auch hier unsere Bootsfahrtschule. Ja, da kann man sich natürlich ein bisschen gestalten, wie man möchte. Die haben sich auch immer ein bisschen geändert, zu Folge, zu Folge hin. Zu Staffel, zu Staffel. Eher gesagt, nicht Folge, zu Folge, sondern Staffel, zu Staffel. Der Parcours hat sich ja auch ab und zu geändert. Aber das ist so der Klassische, dieser aus den ersten Staffeln der Parcours. Und ich finde einfach so ein bisschen Classic gehört ja auch dazu. Und da habe ich euch schon aufgefallen, ich habe hier auch noch überall so ein paar Kegel mir hingebastelt. Ganz einfach mit Zaun und einem Knopf drauf. Und der Abstand immer zu Kegel zu Kegel ist einfach drei Wöcker. Dass ihr euch das Platz lasst. Und das kann man einfach Augenmaß hier überall machen. Wenn man natürlich hier schräg geht, muss man immer darauf achten. Man soll sich aber auch nicht, wenn man, sag ich mal, sich hier so eine Markierung macht, so ein bisschen durcheinander kommen. Denn ich sage mal, ihr könnt, wenn ihr, sag ich mal, haben wir das hier, wo, äh ja. Okay, hier sind sie noch synchron auf beiden Seiten. Aber irgendwann habe ich dann auch hier so einen Knick drin, dass es dann nicht mehr so ganz synchron ist. Guckt, auf der anderen Seite ist es ein bisschen mehr. Da muss man einfach gucken. Aber ich habe es sogar geschafft, auch nachdem es dann hier nicht mehr synchron war. Ey, jetzt auch nicht synchron, auch nicht synchron, auch nicht synchron. Da habe ich dann, als ich dann hier zu so einem Knick kam, zur nächsten Tribüne, bin ich das dann einfach wieder so hingesetzt, dass es dann wieder synchron wird. Und das konnte ich dann eigentlich komplett bis zum Ende hier auch gut beibehalten. Also da kann man immer tricksen, hier ein bisschen mit den Ecken. Das ist dann hier wieder, zack, wie das synchron wird, ne? Das sieht auch gut aus. Guck mal, hier haben wir jetzt auch das, was ich eigentlich ungern immer sehe. Aber da können wir auch ein bisschen was gegen machen. Und zwar kann man da tricksen mit einer Treppe. Und die dreht ihr einfach mal um. Ach nee, doch nicht. Ging nicht mehr so. Bapp, bapp, bapp. Ach nee, dann müssen wir das so machen. Ja, so sieht das auch schöner aus. Nicht, dass der Zaun da einfach mal dran ist. Naja, solche Fehler sieht man immer im Nachhinein. Dann kann man immer noch ein bisschen bearbeiten. Tja, und schon sind wir im Ziel. Bootswür erscheint, glaube ich, bestanden. Ich habe nun meinen Bootswür erscheint endlich in der Tasche. Kann mich natürlich frei bewegen in Bikini-Botteln. Und wenn du das auch möchtest, dann verlinke ich dir natürlich nochmal die Playlist am Ende des Videos, damit du dir die ganze Bootswürer Schule auch noch gerne bauen kannst, wenn du es noch nicht hast. Aber sonst wären wir heute fertig. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Du kannst natürlich deinen Parcours basteln, wie du möchtest. Entweder du hältst dich so ein bisschen dran, wie es natürlich bei Spongebob ist, wie man es jetzt hier im Hintergrund sieht. Oder du erweiterst es noch. Kannst es ja nach deinem Belieben natürlich noch erweitern. Mit ein paar extra Kurven gefährlicher, wilder machen. Wie du meinst. Was du natürlich brauchst, um deinen Bootswürer Schein zu schaffen. Oder auch, um andere da testen zu lassen. Das geht natürlich auch. Sonst bedanke ich mich dann erstmal, wie immer, fürs Zusehen. Wünsche dir natürlich viel Spaß jetzt beim Parcours-Bau. Und dann hören wir uns bestimmt zur nächsten Folge wieder. Bleibt gesund und dann haut's rein. Und tschüss. Und dann hören wir uns.